Stator abwickeln am schnellsten. Nun kommt der große Lüftervergleichstest. Wir haben jetzt 3 identische Typen da, 1, 2, 3, aber jeder von denen hat eine unterschiedliche Wicklung bekommen. Das hier ist der erste Kandidat, den haben wir ganz normal Bifi-Lage wickelt, 1 zu 1, also alle 2 Drähte parallel genommen und über alle 4 Staturen rechts rum, links rum, rechts rum, links rum gewickelt. Mit 0,23er Draht und jetzt sind wir dann auf 66 Windungen. 66 Windungen jetzt hier auf dem Stator drauf. Ja, der zweite, den haben wir dann Trifila gewickelt, Trifila und verzwirrt. Hier könnt ihr sehen, es sind 3 Drähte miteinander nochmal verzwirrt und da auch rechts rum, links rum, rechts rum, links rum. Ja, dadurch das jetzt hier 3 Drähte sind, kriegt man da ja natürlich keine 66 Windungen mehr drauf. Hier haben wir dann nur 44 Windungen drauf gemacht und haben dann zwei von denen Drähten hier in Reihe genommen und als Trigger genommen und konnten die dann so laufen lassen. Ja, von der Drahtmasse her, von der Grammzahl her, dürfte das jetzt aber theoretisch genau dasselbe sein wie hier. Ja, das wollten wir ja wissen. Ja, wir haben ein und dieselbe Menge Kupfer und welche Wicklung muss man da drauf machen? Welche ist die effektivste? Tja, und hier beim dritten, da haben wir es einzeln gemacht. Also da haben wir einen Draht genommen, haben 132 mal in die Richtung gewickelt. Tja, und, ach ne, dann sind wir, die zwei hängen miteinander zusammen und die zwei hängen miteinander zusammen. Wir haben es Braintrain Wicklung genannt. Das ist bei uns die Braintrain Wicklung. Die zwei sind dann Trigger in Reihe und die zwei in Reihe sind dann die Powerspule. Das ist der dritte Kandidat. Ja, dürfte auch von der Grammzahl her genauso viel drin sein wie bei den anderen, vom Kupfer her. Und da kamen wir dann auf 132 Windungen pro Stator. Ja, jetzt nochmal die Ohmzahlen, ne. 3,3 Ohm, ne 1,73 Ohm hat es dann, ne. Ein einzelner, zwei in Reihe zusammengeschalten, haben dann hier 3,3 Ohm. Hier sind wir bei 2,44 Ohm beim Trieffilaren. Bei einer einzelnen Wicklung und, ne, die zwei in Reihe geschaltenen für den Trigger bei 4,7 Ohm. Und hier oben bei dem normalen Bifilaren, 1 zu 1 gewickelten, normal gewickelten, sind wir bei 3,03 Ohm. Alles mit 0,23er Draht gewickelt, ne. Habe ich ja kurz schon mal gesagt. Hier steht es 0,23er Draht. So. Das war jetzt der, die Basis dafür gewesen, ne. Alle sind mit ein und derselben Bedini Meißner Oszillator Steuerung angesteuert worden, ne. Wir nennen da auch Flugsterminal, nennen wir es jetzt, ne. Alles bekommt neue Bezeichnungen, je nachdem wie wir Lust und Laune haben. So. für den ersten test haben wir uns gedacht da nehmen wir als ersten fixpunkt die stromaufnahme haben wir gesagt wir haben eine 12 volt auto batterie richtig große und so ungefähr bei 12 volt das vernachlässigen wir jetzt erstmal es kommt erstmal nur darauf an dass das immer gleich bleibt so und dann haben wir unseren bedienemotor so eingeregelt dass sie auf 400 milliampere kommt und ich kann es ja mal kurz machen und drehen das teil das zieht er hier schon das ist ja hier schon das kann ich noch ein bisschen runde regeln genau haben wir 400 milliampere wir haben eine bestimmte drehzahl die haben wir dann gemessen und hier steigt jetzt unser einfahrrad 12 volt kondensatel ja die zeit haben wir dann ganz einfach gemessen und der stoppuhr ja bei 6 volt haben wir dann immer angefangen wenn er die 6 volt grenze überschritten hat haben wir stopp gedrückt und wenn er 12 volt erreicht hat haben wir auf stopp gedrückt ja so sind wir zu unseren zeiten gekommen das waren also unsere ersten fix punkt gewesen diese 400 milliampere und dann kamen wir auf folgendes uns hat dann die zeit interessiert wie viel zeit braucht dann der oder der oder der bedienemotor um den kondensator auf 12 volt zu bringen da waren wir bei unserem normalen bieler 1 zu 1 gewickelt bei zwei minuten 2,05 minuten also hat von den dreien am längsten gedauert hat aber dafür die schnellste drehzahl hingelegt also da kam die der größte mechanische output sind ja trotzdem lüfterflügel dran und ja je schneller dass da wird desto mehr kraft braucht ja da war hierbei sagenhaften 3.300 umdrehungen pro minute ja bei der trifiler wicklung die hat am schnellsten unseren 12 volt kondensator vollgehauen bei einer stromaufnahme von 400 milliampere hat aber die langsamste drehzahl gehabt von der mechanischen vom mechanischen output mit 2639 ja und die brain train wicklung die einzelne wicklung die lag so ein bisschen zwischendrin so ein zwischending 2905 umdrehungen und eine minute und 53 sekunden um den kondi auf 12 volt zu laden ja für dokumentationszwecke habe ich hier hinten nochmal die potty einstellung eingestellt wie viel ohm das der vorwiderstand also der widerstand im potty gehabt hat ja es ist aber gar nicht so wichtig wen es interessiert ja hier steht halt hier steht es halt mal mit dort ja für den zweiten test haben wir uns die eine fixe drehzahl rausgesucht also eine fixe drehzahl um es noch perfekter zu machen müssen wir vielleicht zwei oder drei drehzahlen mal austesten wir haben uns erstmal die 2630 umdrehungen rausgesucht und wollten dann mal gucken wer die geringste stromaufnahme dafür hat ja da war der spitzenreiter der bifilar 1 zu 1 gewickelte bedini mit 260 milliampere stromaufnahme ja der trifilar hat am meisten strom gefressen mit 400 milliampere und der einzelne war wieder so zwischendrin gewesen ja hier habe ich dann auch aufgehört die widerstände aufzuschreiben habe ich vergessen aber wie gesagt ist nicht ganz so wild ist nicht ganz so wichtig der hier den habe ich mal noch mit hingeschrieben wenn es interessiert da kann der selbst mal ein bisschen gucken ja also was kann man als fazit sagen wenn man richtig wert auf mechanischen output legen will dann würde ich sagen die bifilar 1 zu 1 wicklung nehmen wer aber richtige richtige ausgangspulse haben möchte damit batterien laden will oder irgend so was der ist mit dieser trifilar anordnung wahrscheinlich gut bedient so sind hier momentan erst mal die testergebnisse und dann kann man ja nicht so gut bedient so sind es für jetzt mal die beste ja jetzt mal die kreis so sind wir ja jetzt mal die kreis